er soll uns in der Klinik Heimann den Zuschauer und herzlich willkommen da war ich muss noch kurz in den ja noch kann ich habe mich gerade auf der Klinik nein gerade ist nach Klappen getroffen mit dem Dumpen und anfangt aber nun mit dem Doppelbund und durch die Suche nun wieder mit dem Traum von der Scherzen ein Wettbewerb wir haben es wir haben es mit drei Dinos zu tun oh no Freunde das ist das ist das Gruseliger warum ich jetzt das Video nicht angemacht habe ist verämmert sie mich ein Spieler hat einen Anfangsgustaben auf dem Zeitpunkt ich bin in der Zeitanfang kapisch Freunde das ich komme gar nicht mehr zu Wort weil ich mich gerade aufregend bin warum ich das Video eigentlich gestartet habe ist weil der Tyranno den ihr für eine kurze Zeit gesehen habt den werde ich gleich nochmal zeigen weil dieser Tyranno dieser Spieler dieser Nick-Dingsbombstar der ist reingekommen stellt sich an irgendeinem Ort und schaut uns zu von seit gestern kein Städter einfach ich denke er hat ja auch und was zu tun 2.2 und an Antwerpen Schimmert ist das ist das Schönen wenn ich eine Zeit auch nur so ist es versucht in dem Gehlenbüter und unter zu jagen beim Ackmann Lohm ich kann mit der Anwalt nicht du kapitiert Jetzt muss der eine hier reinkommen, was du dann natürlich nicht schaffst. Wenn man die Kugel gleich anguckt, oder so, die Schnabe guckt. Hab ich jetzt nicht im Video, schade. Ich bin die Kugel-Teilwehr. Ich bin die Kugel-Teilwehr. Heim-Extremium, Alter. Ähm. Ich hatte lieber die irgendwie platziert. Ich hatte lieber einen Mieb. Äh. Nein! Es sind... Die bin nicht hierher gekommen. Ich war dort der Brücke. Ich war dort unten der Brücke. Ja, einer ist auch unten. Nee, ich war dort der Munitionskiste. Nur kurz bin ich da hinten teleportiert. Ja, ich war gerade übergerannt worden. Zwei von diesen Rammern-Viechern. Ja, ich wollte nicht durch den Rammern... Verpässt du die Scheiß-Rammer. Hä? Ich wurde nicht durch den Rammern weggeschleudert, sondern... Ja, ich bin getötet worden von so einem Rammer. Na, ich meine, ich wurde nicht getötet. Wurde... 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 und besser du alt auf dieser entkommt weiter durch die Miene um der Tyranno setzt sich auch in Bewegung und von Jörn Koppel, wir sind nicht bei 5,5,5 Kompel das ist möglich los renn durch die Miene renn und auch nicht renn doch Pumpe die Kugelwoll ich hab ihn geschrotet Kugelwoll tot auch direkt über 5,5,5 Kompel Alter Freunde ganz ehrlich, der Tyranno macht mir langsam Angst es ist kein Movie, okay oder auch Dämonen ist auf unsere Seite gewechselt ja, das wollte ich gerade anspielen hihihi warte mal, dann gehe ich auf die andere Seite wieder aber ne, wir sind wie das Raptor, du weißt, welchen Tag ich Tarnock habe war doch nein nicht nicht in Übrigen du kriegst Besuch leck mich komm zu mir ich bin der grüne Raptor der Raptor ist ein Freund der Raptor ist ein Mami willst du mich verarschen? jetzt will er Freunde sein ne? ich mich doch am Arsch ne also die Läge nicht mehr du hast dich wirklich mit dem falschen Angelegt fängt dran ich bin der Räubertyp mit der goldenen Räuber mit der russischen Räuber aus Makar das ist goldes russisches Gold mit der Räubertyp mit der Räubertyp mit der in Übrigen der andere Spieler, der geht hier hinten ne? Mo Mo dann geht er ja ne? wo ich habe dir doch gar nichts getan du musst scheiße du musst scheiße Freude nicht ernst nehmen mach 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 einfach einfach auf Apps Ecke Komm schon! der andere raptor kommt gleich geteistert und gleich hat sich eine granate Ruhe gefeuert denn das ist ja weg alle weißt du was ich jetzt mal machen wenn du denkst daran an diesen Metall getan habe ich in Zermin platziert ja ich bin der Rammer ein orangener Rammer und dann gehen wir nicht in die Juni durch weil er hat er dann mit dem Weg dann platziert ja dann guckst du mir von ihr seht ich mach gar nichts und der greift davon an da da ach du scheiße das hat der grunde Augen komm ins Haus ich bin im Haus drin also in dem Hauptquartier ich hab jetzt mir einen kleinen Dino genommen eigentlich unübersehbar steht gerade richtig offen Affen auf die Betthöhle 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 jetzt kommt sogar der andere Dino jetzt kommt sogar der andere Dino jetzt komm ich mit dem Bettmobil den Bettfahrer dann Mann ha 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 was war das Demon Demon ist gleich da hinten ja Demon du und ich Battlefield oder COD ich mach dich fertig alter das knack dann hast du mehr auf irgendwie Leute abzuknallen du du ich mach ein Video die inmechse die inwechsel auch ich bin schon ab und nicht verfahren auch ich würde ich würde sagen wie man ja es hat auf den Ferien veränden wir wollen das Fressen auch hat also freundlich dass sie haben dass sie bekommen als das freundlich unter Fresse versteht dass ich kann nur sehr wichtig ich ging durch ich werde von der Kante zu die Granate fliegt die Kopfhörer nur auf mich zu die Granate explodiert ich habe aber kein Leben verloren aber er ist gestorben wie geht das überhaupt ich habe keine Ahnung vor allem ein Raptor so ne süße kleine Raptor normalerweise wird so ne hässliche Granate einfach verrecken ich glaube ein Raptor ist so süß und so niedlich da kann doch nicht so ne dumme Granate verrecken komm mal her ich gebe dir mal einen Freundschaftsschlag das ist doch jetzt nicht euer ernst oder was drei Menschen gegen zwei Dinos ja weil der eine uns verlassen hat aber Aua ok so gut bin ich nicht ich rede mich durch einen hohen Menschen durch der Aua ein Gott zurück den die 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 auch aber orie auch also immer dass wir das Leben holen als ob ich spreng mich mal lieber selber in den Flasch krieg ich den Velocroptor auch noch mann Terrorist scheißen Terrorist wir müssen hier in der Klack müssen ich glaube den Astokraden die Binnen gebrochen dieser Volk an ein bisschen dickig geknallt aus ich glaube wenn die Binnen der Brust das glaube ich auch die Keine Ich kann nicht so einen Aufdach finden, einfach mal. Komm, 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 trau dich, trau dich, komm her. Oh, der Flamme-Arsch. Ich komme aber nicht mit dem Flamme-Arsch. Oh, das ist das. Das ist scheiße. Ich bin langsam wie eine Erdlose. Ich bin langsam wie eine Erdlose. Hätte ich dir erwischt, hätte ich dann natürlich die Gerät. Na gut, da steht er jetzt wieder 3-3. Ja, 3-2 meine ich. Ja, 3. Ja, was hast du dazu? Ich mache jetzt mal die Washington und drei. Ich wollte auch mal sagen. Der ist komisch, der geht immer nur auf mich. Äh, weil ich hier hinten bin, meinen... ...ein Kalender unten. Was war ich? Du, 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 Drama, Alter. Auf der... Ja, erschieß mich. Eins schaffst du dich mit tot. Alter. Wow, Beteuerung. Das wird zumindest alles antun. Da steht drei drei. Das verballert du ist eine Muni. Oh, ich will lass mich doch mal was fressen, Alter. Du dummes Stück. Also diesen Dämon-Boy kann man nicht trauen, Freunde. Ist ja gar nicht mit dem befreundet. Ja, das sag ich gerade im Video. Na gut, ich gebe zu, ich habe euch am Morgen in kein Herz. Nicht in der Kamera, trotzdem. Bei mir ist es nicht mehr so, ich bin halt. Geh, mach es mal so. Jetzt geh ich mal auf den Dämon-Boy. Alt. Ob. Äh, existiert die denn überhaupt noch? Ja. Die Sniperin. Ach so. Ach so. Weil ich habe die 205 mal angefallen und ich habe, das war nicht die Hand. Hier gibt es uns, was ich wollte. Da hat mein Raddruck, hat die nicht angeknabbert oder da kratzt, da kratzt, da klingt gar nichts. Ich habe ihn. Wer hat wem? Du, nach auch mal, das ergeht dir's. Das ergeht dir's, mein. Nein! Ich kriege mich niemals! Aber wir haben es noch mit zwei Gegner zu tun. Wir haben es noch mit zwei Gegner zu tun. Komm her! Raus dich! Komm her! Pass auf! Das ist all das Soll's! Das ist all das Sos Polen! Ja! ja natürlich überlebt er ich habe ihn nicht Als ob die mich nicht sehen. Als ob die mich nicht gesehen haben. Der eine stand einfach mal zu nah. auch je mann von uns will ich mit hohen eine spieler und seit dass er nicht der wächst das macht mir jetzt kein spaß ich mache ich mir eine andere ganz ehrlich vor allem die gehen ein wenig geben ja das ist ja der in die Hälfte denn die Porto und was weiß ich da kommt man jetzt komm wir machen jetzt eine andere Map auf auf die Arschgegen hab ich kein Bock mehr ja Freunde ich hab's im Video gesagt nicht der Reaktion ich mach dann nicht nichts mehr an Ein, 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 ein. Nichts, keine Ahnung. und so soll es uns sagen über mich so freunde das Video werde ich jetzt auch mal beenden und ich würde sagen haut rein